Eines Tages bestieg der Prophet sallallahu alaihi wa sallam den Minbar um Khutbah zu halten. Doch er tat etwas Sonderbares, etwas das er nie zuvor getan hatte. Den Gefährten fiel dies auf und nach der Khutbah fragten sie den Gesandten sallallahu alaihi wa sallam darüber. Was hatte er getan, das die Gefährten so verwundert hat? Sein Minbar bestand aus drei Stufen. Als er auf die erste Stufe stieg, sagte er Amin. Die Gefährten waren verwundert. Niemand hatte etwas zu ihm gesagt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hatte keine Dua gemacht. Warum sagte er Amin? Als er die zweite Stufe betrat, sagte er Amin. Die Gefährten sahen ihn fragwürdig an. Sie wussten nicht, was vor sich ging. Auf der dritten Stufe angelangt, sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wieder Amin. Und dann hielt er seine Khutbah wie gewöhnlich. Als die Gefährten ihn nach der Khutbah darüber befragten, warum er dreimal Amin gesagt hatte, sagte er, Jibril kam zu ihm und machte Dua. Er bat um drei Dinge. Als erstes bat Jibril, Jeder, der den Ramadan erlebt und ihm nicht alle seine Sünden vergeben werden, Möge Allah ihn von seiner Gnade fernhalten. Sag Amin. Und er sagte Amin. Was steckt dahinter? Jemand, der den Ramadan erlebt und seine Sünden werden ihm nicht vergeben. Alle seine Fehler, die er gemacht hat, alle seine Sünden werden ihm nicht vergeben. Während des Monats Ramadan. Möge ihn Allah von seiner Gnade fernhalten. Ihm die Gnade Allahs verwehren. Jibril macht diese Dua. Und er ist der Beste unter den Engeln. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte darauf Amin. Und er ist der Beste unter den Menschen. Das Beste aller Geschöpfe. Diese Dua wird ganz gewiss von Allah subhanahu wa ta'ala erfüllt werden. Die besten Geschöpfe machen diese Dua und sagen Amin. Lass Ramadan nicht vergehen, ohne Allahs Gnade zu erlangen. Das Beste auch noch zu sein. Das Beste erstaatm mit dem an. Und er ist bei uns im Halternehmig. Dann haben wir die Gnade Abente. Der complete die Gnade abenteuerliche.